Hallo, ich bin Nico Lange, Moderatorin aus Wiesbaden. Nach meinem Kommunikationsstudium bin ich in die Werbung gegangen und da bin ich aufmerksam geworden auf Funkspots. Das fand ich total spannend und dann habe ich eine Sprecherausbildung gemacht, weil es meine Stimme ja auch zulässt und bin dann so über das Sprechen von Funkspots produzieren, Synchronsprechen, bin ich zum Radio gekommen. Das habe ich irgendwann in der Zeitung gelesen. Die haben Leute gesucht, die mitmachen und so bin ich hier in Wiesbaden bei einem Patientenradio. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, Ihnen geht es heute schon wesentlich besser. Am meisten Spaß macht mir wirklich das Moderieren im Zusammenhang mit Menschen. Ich interviewe total gern Leute. Ich bin einfach gerne mittendrin. Genau darüber wollen wir heute mal mehr erfahren über den Menschen, über Ihnen. Herzlich willkommen, Markus Kloch. Herzlich willkommen hier auf der IAA. Berufswunsch-Moderator. Gerade viele junge Menschen träumen von einem Job in der Medienbranche. Wer einmal drin ist, der kann es bis nach ganz oben schaffen. Aber wie wird man eigentlich Moderator? Zum Abschluss designt euch Max noch eine echte Designerkappe. Hi, wenn ihr Lust habt, euren Lieblingssong mal so richtig laut zu hören, ohne dass die Nachbarn meckern, dann kommt hier auf die IAA. In meinem Leben ist total wichtig Action. Ich bin niemand, der zu Hause oben sitzen kann, alleine, irgendwo in Ruhe auf dem Sofa. Ich brauche immer irgendwas zu tun. Ich mache super gerne Sport. Ich mache Yoga, ich spiele Golf. Ich gehe laufen. Ich habe einen Sportboot-Führerschein und bin ganz gerne auf dem Wasser draußen, an der frischen Luft. Ich liebe es, Fahrrad zu fahren. Ich kann mich eigentlich gar nicht so festlegen, wenn Sie uns moderieren gehen. Da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Nico Lange steht einfach für Lebendigkeit, gute Unterhaltung und spannende Geschichten. Also tschüss, wir sehen uns irgendwo. Und wenn es weiter weg ist, komme ich auch mit dem Auto.